Er wurde dann abgeführt, also mit so einer Art Ambulanz, wo dann auch zwei Polizisten im Hintergrund sind, fixiert wurde auf eine Liege. Aber die Pflegefachfrauen haben ganz schnell schon erkannt, dass er kein Suizidfall ist. Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein schwerer Unfall führt für einen Rentner in eine psychiatrische Anstalt. Birte Hohmann, dein Artikel heisst «Ich bin zutiefst empört». Das ist eine kurze Zusammenfassung von dem, was im Artikel drinsteht. Und es klingt auf jeden Fall einmal dramatisch, aber fangen wir mal von oben an. Die Hauptperson in dem Artikel, die heisst Paul Sanger. Verzähl mal, wer ist er und was hat er gemacht? Paul Sanger ist heute 75. Er hat bis 70 gearbeitet. Er war Supervisor, Organisationsberater, hat Sozialbehörden geleitet. Er war immer sehr aktiv. Er hat mehrere Kinder und ganz viele Enkel. Er ist ein totaler Familienmensch. Wow, der hat ein volles Leben. Ein sehr volles Leben, genau. Und er ist auch sehr sportlich, geht viel Skifahren, Biken. Er ist ihm auch wichtig. Er hat immer einen Hund gehabt und hat schon einen neuen Hund. Wieder am Ende ist er gestorben. Also ja, es ist einer, der das Gefühl hat, er hat das Leben eigentlich im Griff. Immer gearbeitet, immer voll da gewesen, sich eingesetzt für seine Leute, für seine Familien. Und bis 70 gearbeitet, das ist natürlich auch ein Anzeichen für jemanden, der sehr aktiv ist. Aber jetzt passiert eben etwas und das ist ein Skiunfall. Was ist ihm dann genau passiert? Genau, er war ins Grindelwald, wo er oft ist mit seiner Frau und Familie. Er ist dort normal, also er ist ein guter Skifahrer, muss man auch sagen. Er ist dort die Oberjochpiste runtergefahren und dann hat ihn von hinten eine Frau umgefahren. Also er ist innen gefahren, er ist gekehlt und seine Frau hat sich dann um ihn gekümmert und so. Es hat ihm schon ziemlich weh getan. Die Unfallverursacherin ist dann einfach davor gefahren. Irgendwie haben sie es dann geschafft zur Fürstbahn, also seine Frau und er, und dann sind sie mal heimgefahren. Aber es hat ihm schon weh getan, aber er hat gedacht, jetzt gehen wir erst mal heim und schauen das an. Und dann? Dann ist es immer schlimmer geworden, dass sie heimgereist sind, in ihrem Wohnort. Und dort ist es dann so schlimm geworden, dass das Bein riesig angeschwollt ist und er konnte wirklich nicht mehr laufen. Er ist zu seiner Ärztin und die hat dann sofort mit der Ambulanz ins Spital. Und was ist dort vor sich gegangen? Also die Diagnose war dann Kompat-Syndrom. Das ist eine Einblutung in den Muskeln. Bei ihm ist Waddenbein und das ist ein absoluter medizinischer Notfall. Also man muss sich das wirklich sehen. Es sieht mega gruselig aus. Das Bein ist total dick, rot. Ja, und die haben ihm auch gesagt, wenn man nicht sofort operiert, dann müssen wir das Bein amputieren. Also und die Operation, die ist passiert? Die ist dann passiert. Also er ist ins Spital dann überwiesen worden. Er musste sogar drei Operationen innerhalb einer Woche machen, weil es so komplex und kompliziert ist. Und es ist eben dann nicht gut gegangen. Das kann man sich gut vorstellen. Also drei Operationen hast du gesagt. Gibt es dann auch eine medizinische Vorgeschichte? Also hat er gesundheitliche Probleme schon gehabt? Ja, obwohl er eigentlich viel Sport macht und so, hat er mehrere Unfalle gehabt. Auch zum Teil wegen dem Sport. Aber das Schlimmste war, dass er im 22. Jahrhundert einen Herzinfarkt hatte. Out of the Blue, also keine Anzeichen vorher. Er war sehr schlimm, er musste reanimiert werden. Er war wochenlang dann im Spital gewesen und ganz lange Therapie und so weiter. Und die meisten Leute, die das passiert, haben nachher irgendwelche bleibenden Schäden. Aber er hat es also geschafft, sich da wieder zurückzukämpfen mit viel Disziplin, Physio, ganz viel Sport. Und er ist eigentlich auch wie stolz, dass er das geschafft hat. Aber es ist schon sehr ein Einschnitt gewesen in seinem Leben. Und jetzt kommen noch Schwierigkeiten dazu, würde Paul sagen. Genau. Er hat dann nach dieser Woche, hat man gesagt, am Wochenende könnten sie entlassen werden. Er hat sich natürlich darauf gefreut. Aber er ist halt total kaputt gewesen nach diesen drei Operationen und drei Vollnarkosen, muss man auch noch sagen, in seinem Alter, oder 75. Und dann ist halt eine Pflegefachfrau gekommen und hat gefragt, wie geht es ihnen. Und hat gesagt, ich mag nicht mehr. Ich kann jetzt leider kein Berndeutsch, aber in seinem schönen Berndeutsch. Und die hat das halt verstanden als, ich mag nicht mehr, ich nimm mehr das Leben. Das ist der Anfang von der folgenden Ereignisse, woher zu kommen. Genau. Gleich kann ich das ja noch verstehen, wenn jemand sagt, ich mag nicht mehr, dass das auch etwas Schlimmes kann sein. Und dass sie anhört, ist auch gut. Aber dann hat es wie so etwas in Gang gesetzt, wo er nichts mehr dagegen machen konnte. Die Frau hat das halt dann gemeldet. Dann ist eine Ärztin gekommen, hat aber nicht gesagt, was sie eigentlich will von ihm. Hat mit ihm geredet, die hat sehr schlecht Deutsch können und die hat das immer auch nicht mehr verstanden. Weil er hat mir gesagt, auf Berndeutsch heisst das wirklich, ich bin total erschöpft. Was ich ja bestens kann verstehen, nach dem, was ihm passiert ist und nach der Vorgeschichte. Und man ist kaputt, liegt in diesem Zimmer, wird eigentlich nur heim, es tut weh. Er hat mega Schmerzmittel, das ist ja auch noch wichtig. Er hat eine Opiate bekommen, wo er auch das Bewusstsein ein bisschen schwieriger machen kann. Auf jeden Fall hat die Ärztin dann nach ein paar Minuten gefunden, ja okay, ist weiter zu ihrem Chefarzt oder Oberarzt. Und die haben dann gefunden, er müsste in die psychiatrische Klinik, weil er sei eben die Gefahr, dass er Suizid begeht. Also drei kleine Wörter können er so weit führen und der Oberarzt ist dann auch dazu gekommen. Und eben gemeinsam hat man dann beschlossen, tatsächlich, da liegt eine Suizidgefährdung vor. Und was passiert dann jetzt? Ja, sie haben dann eine sogenannte FU, das ist eine Fürsorgische Unterbringung, angeordnet in der psychiatrischen Klinik, weg Selbstgefährdung. Katrin Reichmuth vom juristischen Beraterteam, vom Beobachter. Wenn du das gehörst, den Ablauf von einem Ereignis, also drei Wörter für einen Mann in einem FU. Ist das normal verlaufen oder auch sogar legal? Als ich den Fall gelesen habe, habe ich auch ein grosses Fragezeichen dahinter gesetzt und mich gefragt, wie hätte das so schnell so weit kommen können? Also gerade in eine Psychiatrie, eingewiesen, wegen drei Wörtern, wie du es so schön gesagt hast. Weil die FU ist einfach das letzte Mittel. Also es ist Ultima Ratio, das ist so im Gesetz, steht das bei einer akuten Selbst- oder Fremdgefährdung. Und jetzt vorliegend ist es eben eine selbstgefährdige Suizidgedanke, das hat man vermutet. Und Ultima Ratio heisst das letzte Auffangbecken. Und vorne tragen es ganz verschiedene andere Massnahmen, die man noch ergreifen könnte. Wie man auch einen Text von der Birte gelesen hat, hat ein Bruder, der ein Psychiater ist und Erfahrung hat. Und auch die Frau hat sich angeboten, dass sie die Verantwortung für ihn übernehmen. Also schaut, man hätte auch Sitzwache machen können. Und das ist alles in diesem Fall gar nicht geprüft worden, sondern direkt in Psychiatrie. Und das frage ich mich auch, wo sind die milderen Massnahmen berücksichtigt worden? Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Eigentlich müsste man alle Massnahmen erst prüfen, bevor man eine FU macht. Wie eben zum Beispiel, wenn man wirklich das Gefühl hat, der tut sich vielleicht etwas an, hat man eine Sitzwoche organisieren können, die schaut. Und wenn er, ich meine, es ist ja auch ausserkönlich, dass er jetzt einen Bruder hat, der Psychiater ist und das kennt, dass man das überhaupt nicht berücksichtigt, ist schon sehr merkwürdig. Man hätte ja noch ganz viele andere Sachen können machen und es wären auch Leute bereit gewesen, das zu tun. Und trotzdem ist es nicht passiert. Ja, also was ist denn jetzt einem Peter Sänger in der psychiatrischen Klinik passiert? Also er ist dann tatsächlich quasi abgeführt worden, also mit so einer medizinischen, so einer Art Ambulanz, wo dann auch zwei Polizisten im Hintergrund gewesen sind. Also das Münz, das ist so der Ablauf, ist ja so fixiert worden auf Ligi. Das hat er schon recht natürlich erniedrigend gefunden, aber er hat mir auch gesagt, dass die Pflegefachfrauen, die sind total gut gewesen, die haben ganz schnell schon erkannt, und dass das wahrscheinlich, also dass er kein Suizidfall ist und dass das ein bisschen komisch ist, haben die ihm auch gesagt, er soll sofort, wenn er in die Klinik eintritt und erscheinen, dass er das eigentlich nicht will und dass er will entlassen werden. Also die haben das schon, das sind ja auch Fachleute, schnell erkannt, dass das nicht gut ist, was da abgelaufen ist. Er ist dann schon abends spart gewesen, ist er in die psychiatrische Klinik gekommen, die total voll gewesen ist. Das heisst, er ist in ein drittes Bett, einfach in ein Zweierzimmer reingestellt worden. Und er ist ja eben, wie ich vorher gesagt habe, ein Herzpatient gewesen. Das hat bei ihm natürlich schon alles zu Stress geführt, hoher Blutdruck, er hat Angst gehabt. Dann kommt er in das Zweierzimmer, als Dritten noch rein, ich glaube, zehn in der Nacht. Dann ist dort ein anderer Patient schon in dem Zimmer gewesen, der ihn übel beschimpft hat. Also der ist halt wahrscheinlich in seiner Nachtruhe oder so gestört worden. Und er hat wirklich Angst gehabt. Ich glaube, als Herzpatient merkt man das dann auch. Also man wird nervös, der Blutdruck steigt, er hat sich total unwohl gefühlt. Also aus dem Stand hinweg, so eine Zwangseinweisung. Also, wie oft passiert so etwas? Ich meine, es mutet ja von aussen an, jetzt wieder mal aus Leihensicht. Also wenn das einfach eine gigantische Fehleinschätzung sei. Und ein Missverständnis aufgrund von sprachlicher Gegebenheit. Aber wie oft passiert so etwas dann? Ja, es passiert eben leider öfter, als man denkt. Also gerade die Schweiz ist im europäischen Vergleich, hat die ziemlich hohe FU-Quote, nämlich über 18'000 Fälle pro Jahr, wo Leute gegen ihre Wille eingewiesen werden. Es gibt ja die, die selber sagen, ich will, aus irgendeinem Grund. 18'000 töten jetzt auch nicht noch so viel, aber das sind zwei pro Tausend Einwohner, wo das passiert. Das ist, finde ich, schon noch bemerkenswert. Eben, also jetzt haben wir mal den Fall festgestellt per se, oder? Und es gibt ein Spital, wo er dafür verantwortlich ist mit den Angestellten, wo quasi die Zwangseinweisung auch verursacht. Hast du mit ihnen reden können? Was meinet ihr zu dem Fall? Nein, leider nicht. Also, der Paul Sanger hat eben Aufsichtsbeschwerden gemacht bei der Gesundheitsdirektion und die ist noch hängig. Und das Spital hat ihm gesagt, solange die Beschwerde hängig sind, wollen sie keine Stellung nehmen. Aber, Katrin, offenbar ist auch da eine gesessliche Änderung in Sicht. Also, es geht dort vor allem, um diese Einweisungspraxis mal ein bisschen genauer anzusehen. Also, dort hat sicher die Politik einen Handlungsbedarf gesehen oder gemerkt, irgendwie etwas stimmt da schon nicht ganz, oder müsste man nochmal anschauen. Also, es geht vor allem darum, wer darf eine Person einweisen? Also, KESP einerseits und andererseits gibt es auch noch, je nach Kanton, gibt es mehr oder weniger Ärzte, die das auch anordnen können. Und natürlich auch die Voraussetzungen für diese Anordnung. Das gibt es jetzt schon im Gesetz, steht das ein bisschen, aber auch immer mit ein bisschen unbestimmten Rechtsbegriffen. Und man weiss dann nie genau, was sind jetzt genau die Voraussetzungen. Jetzt hat der Bundesrat eigentlich einen Bericht angeordnet für die EFO bei Minderjährigen und dann kommt er Anfang 2025 und nachher würde man schauen, ob es dann auch noch einen Handlungsbedarf gibt für Erwachsene, was ziemlich sicher der Fall ist. Und auch die Stiftung Prometesana setzt sich dafür ein, dass die Einweisungspraxis verbessert wird. Genau, und dort gibt es eben auch Untersuchungen, dass man gesehen hat von denen, die zwangseingewissen sind, dass ein Viertel, also 25 Prozent, schon nach knappen Wochen wieder heimkommt oder rauskommt. Und das nährt zumindest der Verdacht, dass vielleicht nicht jedes Mal das nötig sein ist. Also, ich möchte überhaupt nicht abspielen, dass es ganz gute Gründe gibt für FU, aber eben so ein Viertel so schnell wieder rauskommt, ja, da muss man auch noch schauen. Und vielleicht noch ein bisschen zum Gedanken von dieser FU, also dem gesetzlichen Gedanken, warum man das gemacht hat, das ist eigentlich eine Hilfe und keine Strafe. Also, man sollte sich von sich selber schützen, eben wenn man Solizidgedanken hat oder halt auch fremdgefährdigt da ist oder wenn man irgendwie jemand, wenn man dritte Personen bedroht. Und das ist eigentlich eher eine Hilfestellung und es gibt ja auch viele Klinikeintritte, die freiwillig sind. Also, das sind ja nicht alle angeordnet und gegen den Willen. Und natürlich muss man das gegenüberstellen von einem extremen Eingriff in die persönliche Freiheit. Und für das braucht es klare Voraussetzungen, wie man das darf. Hat denn der Palsanger irgendwelche Möglichkeiten, sich zu beschweren oder auch irgendwie ein Recht zu bekommen? Also, es ist vorhin kurz gesagt worden, dass man, sobald er eingewiesen wird, kann man gerade den Austritt wieder verlangen. Das kann man eigentlich gerade zeitgleich machen. Und das hat er auch gemacht und das wird dann geprüft. Ja, und er hat einfach das Glück gehabt, dass er mit seinem Bruder, der psychiatrisch eine Fachperson hatte, der natürlich immer hat sagen können, was du jetzt alles machen musst. Aber das hat man ja normalerweise, also das haben die Wenigsten, sage ich mal so. Und wenn jetzt das Gesuch abgelehnt würde werden, ist ja vorliegen nicht der Fall, dann könnte man noch schriftlich als Gericht gelangen. Das ist eine recht dramatische Erfahrung, die Herr Sänger gemacht hat, nach einem Skiunfall dann plötzlich irgendwo in einer psychiatrischen Anstalt zu landen. Wie geht es mir denn heute damit? Ja, also heute geht es ihm gut, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, dann hat er jetzt seinen Boxer, seinen jungen Boxer und Welpen und verbringt viel Zeit mit dem, mit der Erziehung und mit dem Gehen und so. Also ich glaube, er ist in dem Sinne jetzt gesundheitlich und so wieder besser. Aber es hat schon einen mega, so wie einen Schnitt bei ihm gemacht, weil er tut auch ehrenamtlich Menschen in palliative Situationen begleiten. Also schon vorher hat er das gemacht. Und ja, er sieht das dann halt manchmal, dass Leute sehr schnell, ähnliches passiert wie ihm jetzt. Und er für sich hat entschieden, dass er das niemals will. Also er ist, dass er nie in ein Heim abgeschoben werden will, macht alles dafür, dass er, man muss auch sagen, er steht natürlich finanziell ziemlich gut da, also er hat vorgesorgt und so, dass ihm das einfach nie passiert, weil er jetzt auch gemerkt hat, obwohl er ein Mensch ist, der weiss, wie es läuft, mega viel Erfahrung hat und so, dass er ihm das passieren kann. Und er hat dann auch die Befürchtung, wie ist es dann mit anderen, wo niemand so hinschaut oder wo niemanden hat, wo ihnen hilft. Also das hat schon etwas mit ihm gemacht. Gibt es dann irgendeine Anlaufstelle für Menschen, die auf Tierart behandelt werden? Also es gibt Prometesana, die sich sehr für das einsetzen, für die Themen, die auch auf der Webseite ganz viele Inhalte haben und wo man sich sicher daran wenden kann. Der Fall, ein Podcast vom Beobachter, Produktion Erik Facken und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 19. Juli 2024. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen, schreiben Sie uns an podcast.beobachter.ca. Untertitelung des ZDF für funk, 2017